Die beschlossene Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald sorgt weiter für Diskussionen. Ministerpräsident Kretschmann hat heute in Stuttgart angekündigt, dass die Erweiterung zwar wie geplant kommen soll, aber kleiner als bisher gedacht. Das Gebiet wird laut Kretschmann nicht um 3000 Hektar, sondern nur um 1500 Hektar vergrößert. CDU-Forstminister Haug ist dagegen. Seit zehn Jahren gibt es den Nationalpark. Er ist ein grünes Prestigeprojekt im Schwarzwald für die Artenvielfalt, denn der Wald bleibt unberührt. Nun soll die bisher zweigeteilte Fläche erweitert werden. Sodass der Nationalpark in Gänze dann sozusagen eine kompakte Insel im Schwarzwald ist, umgeben von ganz normalen Wirtschaftswäldern. So, das ist alles geeint im Kern. Und der Nationalpark vergrößert sich dann um etwa 1500 Hektar. Anders als für Kretschmann ist der Nationalpark für die CDU kein Herzensprojekt. Der Forstminister will dann auch weiter dagegen angehen. Nationalpikes und Stilllegung sind die falschen Antworten auf die Klimakatastrophe. Wir werden erweitern, aber ich sage ganz offen, ich werde um jeden Hektar kämpfen. Der Ökologe Kretschmann will sich über die Bedenken des Ministers hinwegsetzen. Man müsse auch an Enkel und Urenkel denken. Dass die mal einen Urwald haben. Im nächsten Jahr soll das Projekt kommen, wenn die CDU wirklich mitmacht. Der Ausbau der Windenergie im Land stockt. Bei der letzten Ausschreibung der Bundesnetzagentur für Windenergieanlagen hat die Landesregierung kein einziges Projekt beantragt. Das geht aus einer Antwort des Umweltministeriums auf eine Anfrage der SPD im Landtag hervor. Im gesamten Jahr wurden demnach bisher 14 Windanlagen bewilligt. Im vergangenen Jahr waren es noch 25. Im Koalitionsvertrag hatte sich die Landesregierung das Ziel von 1.000 neuen Windrädern bis 2026 gesetzt. Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen hat sich nach eigenen Angaben nicht aus dem Bau einer gemeinsamen Schipfabrik mit dem US-Konzern Wolfspeed-Konzern im Saarland zurückgezogen. Das teilte das Unternehmen auf SWR-Anfrage mit. Man widerspreche den Darstellungen in den Medien. ZF Friedrichshafen sei maßgeblich für die Verzögerung beim Bau verantwortlich, heißt es weiter. Zu dem Projekt wollte ZF rund 170 Millionen Euro beisteuern. Brancheninsider gehen nicht mehr davon aus, dass die gemeinsame Schipfabrik im Saarland jemals gibt. Es soll Kranken helfen, kränkelt aber seit längerem selbst. Selbst das Klinikum Friedrichshafen. Eine Oberärztin nahm sich das Leben. Wegen Abrechnungsbetrug wird ermittelt. Es fehlen Patienten und Millionen. Die Stadt hat jetzt 6 Millionen Euro bewilligt, um der Klinik wieder auf die Beine zu helfen. Hier wird kranken Menschen geholfen. Das Klinikum Friedrichshafen. Doch das Haus steckt in Schwierigkeiten. Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat die Stadt als Hauptgesellschafterin Geld nachschießen müssen. Fast 25 Millionen Euro insgesamt. Mit dem Tod einer Oberärztin sind Probleme erst öffentlich bekannt geworden. Die Notfallmedizinerin hatte schwerwiegende Vorwürfe erhoben. Medizinisches Personal sei überlastet gewesen. Es habe vermeidbare Todesfälle gegeben. Die Ärztin nahm sich vergangenes Jahr das Leben. Das hat alle betroffen gemacht und da schließe ich mich ein. Wir haben im Aufsichtsrat sehr klar gesagt, wir wollen die Wahrheit kennen, wir wollen aufklären. Das hat zu der Compliance-Untersuchung geführt. Wir haben uns die Zeit genommen, keine Übereilten oder vielleicht auch vorstellten Beschlüsse zu treffen. Aber als wir die Fakten hatten, haben wir gehandelt und haben uns von einem Chefarzt getrennt. Eine Anwaltskanzlei führt die interne Untersuchung durch, hat im Sommer Zwischenergebnisse präsentiert. Der erwähnte Chefarzt musste gehen. Die Kanzlei untersucht auch mutmaßlichen Abrechnungsbetrug. Parallel ermittelt die Staatsanwaltschaft in dieser Sache. Viele Baustellen am Klinikum Friedrichshafen. Die Bürger der Stadt sind verunsichert, sie wünschen sich Aufklärung. Was genau vorgefallen ist, weiß ja ohnehin keiner. Und die Aufarbeitung ist sicherlich richtig und mühsam und kostenintensiv. Ja gut, die Verfahren sind ja noch nicht abgeschlossen. Also ich denke, das muss man halt abwarten, was dabei rauskommt. Und ich habe dann eigentlich auch so viel Vertrauen in die Verwaltung, beziehungsweise in den Gemeinderat, dass dann halt auch die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden. Und die Problematik jetzt momentan wird sicher sein, also ich bin ja hier gebürtig, dass die Leute sich weigern, in dieses Krankenhaus zu gehen. Schon jetzt sind wegbleibende Patienten ein Grund für das finanzielle Millionenloch. Die aktuelle Geldspritze schafft Entlastung. Nun wolle man auch das Vertrauen der Patienten zurückgewinnen, heißt es vom Aufsichtsrat des Klinikums. In Reutlingen wurde heute der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg verliehen. In diesem Jahr gehen die drei mit jeweils 5000 Euro dotierten Hauptpreise an den Kabarettisten René Südow. Das Artistenduo Chris Iris aus dem Bereich Zeitgenössischer Zirkus sowie die Bauchsängerin Mozzarella. Den Ehrenpreis bekam die Comedian Patricia Moresco. Unter anderem ist der SWR Partner der Veranstaltung.